Und damit Willkommen bei einem weiteren Spiel zum Sonntag. Heute Gartic Phone. Ich muss eigentlich nicht viel erklären, weil da die Spielerleitung gerade zu sehen ist. Ja und gut, dass da ein Scheißhaufen gezeichnet wird. Da kann ich schon mal sagen, sowas werde ich rausschneiden. Also es gab hier Sachen, die ich nicht unbedingt zeigen muss in dem Video. Ich hab mir gedacht, das eignet sich gut für ein Sonntagsspiel und deswegen hab ich zwei Runden mit Leuten aufgenommen, die ihr von Among Us kennen solltet. Ist auf jeden Fall sehr lustig geworden. Mehr gibt's doch nichts zu sagen, deswegen los geht's. Oh, das wird schön, das wird sehr schön. Hoffentlich bekommt uns der richtige. Was ist denn das, ey? Ich hatte zu wenig Zeit, ist sowieso leid. Fuck. Das tut mir so leid. Alter. Ah, das passt nicht. Oh, die Schaukel. Okay, dann weiß ich, was du bekommen hast, echt ist. Du meinst vielleicht. Hey. Was ist das denn? Oh Gott, ey. Ähm, ich will. Ähm, ich will. Oh, nee. Hey, was macht der denn da? Was soll denn das auf diesem Tüchter sein? Hä? Nein, nein, ich glaube, ich weiß, was es ist. Scheiße. Komm schon, du tippst doch normalerweise so schnell. Da kannst du neu eingehen. Ja, ja, ich hab's schon. Ich hab's schon. Ich hab's schon. Scheiße. Oh, Gott. Oh, ich weiß nicht, wer das ist. Hey, wie ist denn das nochmal von dir? Ja, auch nicht. Ich glaub, das ist nicht dein, äh, hier. Renke, das ist der Hauptcharakter aus Akutschi. Hm. Akutschi. Ich weiß leider nicht mehr, wer das ist. Also, den Namen, den Namen, sagt man halt, ja. Toll. Ja. Gut, dass die Hälfte der Zeit schon um ist, während ich das hier mache. Mensch. Ich weiß, das ist doch dumm, ey. Nee, ich kenne das gut. Ah, Mann. Ich sehe etwas für diese Runde. Eigentlich verboten ist auch diesen Buch. Oh, oi. Also, ich meine, das ist falsch, weil das ist eigentlich ein Birnenbaum, oder? Von Rebeck auf Rebeck hat er einen Birnenbaum. Ein Birnenbaum. Ist das, gelangt dann, ist das dein Ernst? Was denn? Ich hab das vorher gut gezeichnet, ne? Oh, okay. Oder was meinst du? Mhm. So. Habe ich etwas Falsches gemacht? Nee, nee, nee. Ich hab's schon. Nee, gib doch mal. Ich hab's schon erkannt. Ähm, guck mal, wo runter... Das Wort Minoritäten eigentlich auf Deutsch tatsächlich... Ähm... Oh, mein. Bitte, ja. Ich musste alles machen, aber nicht mal, weil das Wort kam, sondern weil ich es so gar oder gar gestellt habe. Ein Ock-Deder. Ein Ock-Deder. 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 Mathe. Farbeneskalation wäre 1 plus 1 gleich 2 ein Indikator für Mathe ist. Ja, das ist ja eine Kunst. Die Ock-Deder sind... Gleichgeschlechtliche Liebe wurde bewiesen. Oh, genau deswegen hab ich auch... Ja, gut. Haben wir das wenigstens gleich am Anfang hinter uns. Ein Lut erzählt über sich liebende Peins. Ah, das ist gleich... Na... Ach, ja. Oh, bitte. Oh, Mann. Sehschlag. Oh, mein Leid. Okay, gut gemacht. Ich hab' ihn gut gemacht. Ich hab' ihn gut gerettet. Äh, warum sind die nur so wenige? Giraffe schaukelt auf einem Spielplatz. Das ist wirklich geil. Das hat sich ja der Pein gemacht. Oh! Alter, die Zeichnung. Geil. Ich hab' dich gewonnen. Krustelkänguru auf der Todesschaukel des Lebens. Oh, Känguru finde ich auch super. Scheiße Fahrt in des Überstachels schwebendes Schaukeltier-Jump. What the fuck? Mann, was ist denn da los? Juhl, ihr kennt doch noch nicht richtig. Ey, da kommen ja alle Tiere vor, die ich mag. Ja, das ist ja auch nicht schlecht. Ja, das ist ja auch nicht schlecht. Ja, das ist ja auch nicht schlecht. Schaukelpferd gründet auf einem Kack. Gründet auf einem Kack. 200 Punkte. Boah. Ey, wenn ich meine Tonie auf bloß geht, das gibt mindestens 400 Punkte her. Atlantische Atlantis-Fariot eliminiert Neptun. Boah. Es tut mir leid. Das ist eine Mischung aus einem Mongas. Das ist eine Mischung aus einem Mongas. Neptun und irgendwie ein Besen. Wer ist das Girl eigentlich? Ich ahne mir zu, das wird. Ich ahne es. Langsam. EF. Die Deine davor. Meier Jungfromman ist erst der Unglüge der Tee. Mann. Meier Jungfromman ist erst der Tee. Das heißt, dass wir das alle immer automatisches Erschuten bezeichnen. Hans Detlef ermahnt Rasenmäher, deine Buchstaben zu finden. Das weiß doch kein Mensch, dass das aus Sketchmaster ist. Pizza auf Rädern sagt ABC zu Typen. Pizza auf Rädern schreibt ABC. Das habe ich mir auch gedacht, dass das wie ein Gesicht aussieht. Ich konnte es aber nicht mehr schöner machen. Ah, man kann es erkennen. Ah, ich weiß, worauf das in Ordnung ist. Pizza Face kommt auf die glorreiche Idee den Rechnerweg zu. Den Rechnerweg zu. Langton ist da. Bewegt aus den Hintern. Oh Mann. Auflöcher. Ja, okay. Ein Fall von Langton. Er ist kurz auf den Boden gebracht. Ja, genau. Minotaurus flucht auf dem Balkon. Minotaurus flucht auf dem Balkon. Oh shit, ey. Pikachu, was ist mit dir passiert? Eingezeichneter Breitschöner. Pikachu sagt, du Wichser. Oh. Oh. Pikachu leide ich den Zuschauer. Junge, ey. Karl der Große ist eine Pappelmuse. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hättest du nicht mehr genug gezeigt, wie Pappelmuse? Karl der Große ist in einer Beziehung mit Marzipankartoffeln. Ja, das ist das erkannt. Acht tausend. Acht Kilometer hoher Zitarnliebner. Acht Kilometer hoher Haus. Oh. Herr was? Aber Langton, hast du denn Herr Riebig von Riebig gesagt? Das war ein Zufall. Weil irgendwer Birnenbaum gesagt. Du hast genau. Ach so, ich habe Birnenbaumfeuer irgendwie gesagt. Okay, ja. Ja, wahrscheinlich. Das war nicht so wie Sego. Jojo verlässt den Kohl um 23 Uhr. Nee, ich muss noch länger bleiben, wenn wir den Kohl nehmen. Für den Brenken. Warte nicht, Jojo ist zu spät. Die Reihe weggestrichen, ist geil. Ich wusste nicht, dass er in der Blas Nase ist. Blas Nase von Riebig. Pinocchio kommt Resos Zeitumstellung auf die Spur. Hast du jetzt Unnu gesagt, weil du gedacht hast, da kommen ja auch schöne Sachen bei raus. Zwei Stunden später ist Pinocchios Nase lang. Pinocchios Nase. Eine herzzerreißende Geschichte. Eine herzzerreißende Geschichte. Das war so gut, dass es nochmal im Echo ist. Rechtus hat ein gebrochenes Herz wegen eines Liebesrumans. Ich habe es mir heiß, aber das ist ein Gefeil ausgelaufen. Tiere mit drei Haar werden gesucht. Oh, wow. Habe ich da zwei Haar haben. Mann, der Typ. Max Schraten schreibt Geschichte. Schraten, Schraten, Schraten. Ich dachte erst, es ist Max Schraten mit Breideschrift. Stefan Raab drückt an, habe ich Nippel. Oh, Mann. Uli Marcel, hör Nippel, rührt bei Max Schraten an. Ja, das ist immer noch ein Nippel, aber nicht der, den ich wollte. Was? Ein Peglin ruft jemanden an und sagt Hallo. Ich habe, ich habe einen Nippel. Ich habe mal vergessen, mit Stress, ich kann auch die Funde sagen. Das kannst du nur daran ableiten, dass er mich freut über das, was er bekommen hat. Welche Abschuldigkeit wird mich jetzt anstrengen? Oh, fuck. Was ist das denn? Na, ein Glück habe ich es bekommen. Oh, Mann. Was soll man denn da machen? Also, ich will jetzt nicht wieder sowas dahin zeichnen. Ich muss das jetzt irgendwie umspielen. Nein, verrücktes Haus, nichts ist hier. Ja, das hat ich bekommen. So. Was denn? Ja, von mir aus so. Was ist das denn? Ach, das ist doch scheiße, bis ich da die Scheiße... Das sieht nice aus, ich wollte das eigentlich gar nicht. Ja, bis ich das hier richtig gezeichnet habe, diese dumme fucking Kacke in der Ecke. Jetzt helft ihr das Zeit schon wieder um. Marlon? Ja? Ja, möchte aber wirklich gerne mit dir reden. Ja, warum will ich jetzt... Was ist das denn? Moment, wie ist das? Ist das irgendeine bestimmte Person, oder? Wir können das ja noch ein bisschen lustiger machen. Nichts ist hier an... Skandal! Im Sperrbezirk Skandal! Im Sperrbezirk Skandal! Im Sperrbezirk Skandal! Skandal! Oh, Mann, Leute! Ist denn Ditte, ey! Vorsicht, auf! Malin! Ja, ich guck mal auf, ja! Was soll ich denn da machen, ey, denn? War doch, wie alt ist das? Ich hab das Gesicht vergesst. Nein! Warum ist das schon wieder Scheiße auf dem Bild? Der setzt sich nach, ob du magst Milfs. Ja, ich... Ja, ich... Wirklich? Nachdem ich tun, beim ersten Bild sowas gibt es gleich, dann kommt jetzt nochmal sowas. Oh, Mann! Ich hab ein Mini-Hochhaus geschrieben, warum steht da in meinem Code? Nach Mittwoch betiteltes Hochhaus gleich einer Fernbedienung. Gut, dann hab ich das auch richtig verstanden, wo ich keine Ahnung hatte, was das sein soll. Hochhaus gleich Mittwoch gleich Fernbedienung. Skandal! Im Sperrbezirk! Ich hab die Mayonesen nicht auf! Mayonesen! Dennis Spüler schlägt einen Kugelsch... Oh nein! Oh nein! Ich bin mir jetzt schon leid, dass ich es nicht aufgenommen habe! Oh, du bist es traf! Was? Ich bin mir jetzt schon leid! 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 Ich bin mir jetzt echt leid, wenn ich gemalt habe! Alter! Also hier noch ein Fleck! Spongebob und ein vetter gelber Dud im Kopf! Vetter gelber Dud, Mann, ja okay, ab jetzt wird es wieder sehr spaßig. Wir treffen Jill und Joe und auch den Rest der coolen Gang. Und auch den Rest der coolen Gang. Gio und Jill beide. Jio! Jio! Oh Mann. Was soll man denn da machen? Ja, das Weiblich-Zeichen hast du einfach ignoriert. Langton scheitert im VBT, er verliert bei uns auf M32. Mann, einfach Lissi-Gaming. Lissi-Gaming ist bei die SDS, scheitert und ist Trauer. Trauer und ist Trauer. Oh, wie scher. Geil. Oh, wow, der Hintergrund. Oh, nice. Wow. Das war doch deine Schwester, die das regionalisiert hat. Ja, und? War sie? Oh Mann, was hab ich da gemacht? Win Mark 7, Ehre. Fünftiger Brotstag, wo? Ja, das ist der Brotstag. Oh, nein, danke. Sie ist mit der Runde Juck. Donkey Kong Krisch grinst mich vor wem. Krisch vor wem. Keks, wo schreckt Mark Nippel? Oh, nein. Was? Du kannst aber leider echt so sehen. Oh, Gott. Warum ist dein Bein weg, Alter? Ein Keks mag Olimas Linken. Nein, nicht schon wieder Olimas Nippel, ey. Was ist das Meme, das sich hier durchgesetzt hat? Olimas Linken. Kokusnuss? Kokusnuss. Kokusnuss. Wiesn. Wiesn. Oh, Lyme. Das ist mega... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Die roten Augen, nice. Mann, wie scheli. Mann, wie scheli. Sohn hat F. Auf Klassenarbeit. Sohn hat F. Timmy. Timmy, der Kresser hat eine 6 und seine Mutter ist böse. Oh. Er wird für eine 6 zusammengeschickt. Timmy. 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 Das ist links, Alter. Geil. Zwölf Jahre alt. Ja, Mensch. Mensch. Wird elf. Wird elf. Elf. Wird elf. Marios. Marios Geburt wurde auf 2004 verschoben. 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 Der Doktor stirbt und ist ein Ziel tot. Der Doktor stirbt und ist ein Ziel tot. Ein Ziel tot. Ja, okay. Das ist auch genau das geworden. Ja, okay. und den hätte ich jetzt die Brücke auch noch schlagen können. Ich war nah genug da. Der Arm ab. Ja. Ja. Jutaro wird von AstraZeneca gehoben. Das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau. Tschau.